Musik Mein Name ist Katrin Kämmermeier. Ich bin 42 Jahre alt, seit 10 Jahren lebe ich in Berlin und ich arbeite hier als Lehrerin. Und ich kandidiere für die Bezirksverordnetenversammlung in Pankow. Musik Weil hier in der BVV Politik für die Menschen vor Ort gemacht wird, die ihre Lebensräume direkt betriften. Musik Ich habe sogar zwei Herzensthemen. Das eine ist das Thema Stadtentwicklung und hier besonders das Thema Wohnen, weil Pankow ein Bezirk ist, der sich rasend schnell entwickelt und bezahlbarer Wohnraum fehlt. Das andere Herzensthema ist die Kinder- und Jugendhilfe, weil ich in meinem Beruf als Lehrerin schon viele schlimme Kinderschicksale gesehen habe und deshalb möchte ich mich hier ganz besonders engagieren. Musik 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 Vielen Dank.